Am 2. Februar 1959 starben neun Skiwanderer im nördlichen Oral. Die Umstände dieses Unglücks waren so mysteriös, dass dieses Unglück am Dyatlov Pass zu einem der bekanntesten Mysterien der Welt wurde. Nun soll es ganz offiziell neu untersucht werden. Von mir erfahrt ihr mehr. Hallo zu Russland Live. Das Unglück am Dyatlov Pass regt immer wieder die Fantasie der Menschen auf der ganzen Welt an. Auch die von euch, denn immer wenn wir ein Video mit Winter und Mystik machen, fragt irgendein Zuschauer, wo denn endlich unser Beitrag zum Dyatlov Pass bleibt. Vor allem deswegen interessiert das Unglück viele Leute, weil man es sich bis heute nicht erklären kann. Die Skiwanderer starben an tödlichen Verletzungen und Unterkühlung. Ihre Zelte waren von innen aufgeschilzt. Teilweise waren sie mitten im Winter spärlich oder mit den Kleidungsfetzen anderer Tote. Gewebespuren wurden in mehreren Meter Höhe an Bäumen nachgewiesen, daneben Radioaktivität und es gab keinerlei Spuren anderer Menschen vor Ort in der einsamen Gegend. Das nur zu den wichtigsten Fakten. Wenn ihr im Internet ein bisschen sucht, werdet ihr noch viele Mysterien finden und noch mehr Theorien, woran die Skifahrer nun gestorben sind. Atomwaffentests, Geheimdienstmorde, ein Wirbelsturm, Panikattacken, Schneemenschen, UFOs, mordende Hüter eines Heiligtums, Warnvorstellungen infolge einer Lawine und viele andere. Man könnte wahrscheinlich eine ganze Mystery-Serie nur über die ganzen Ideen von den Leuten drehen. Eine recht neue Theorie von einem russischen Blogger zum 60. Jahrestag ist beispielsweise der Einschlag einer Kurzstrecken-Rakete, die die Skiwanderer blendete und verstrahlte. Immer wieder trete jemand auf und will für das Unglück die absolut sichere Lösung gefunden haben. Jetzt gibt es endlich ein Video von uns über Dertlow. Denn es passiert etwas real, was auch in Russland auch die Mutmaßungen um das Unglück anheizt. Die zuständliche Generalstaatsanwaltschaft des Svirtlowsk-Gebiets will in dem alten Fall wirklich noch einmal tätig werden. 60 Jahre nach dem Tod der Gruppe. Auch diese Untersuchung wurde noch einmal angestoßen, weil die Spekulationen um den Tod des Skiwanderer nie aufhörten. 75 Theorien liegen den russischen Behörden zum Tod der Leute vor. Wahrscheinlich gibt es noch viele mehr. Überprüft werden sollen mit Hilfe von Experten nur die drei nach den bisherigen Ermittlungen der Behörden wahrscheinlichsten. Bei einer ersten Presskonferenz in Jekotienburg am Montag waren auf jeden Fall Journalisten aus ganz Russland und bis zum landesweiten Fernsehen da. Dieses brachte gleich eine Sondersendung mit Lügendetektortest von Verdächtigen. Die Experten werden in den Oralreisen und es wird sich um Rettungsfachleute, Meteorologen und Vermesser handeln. Die Reise ist nicht ganz ungefährlich. Von den Sensationstouristen dort sind bereits zwei vor Ort gestorben. Zur Verfügung stehen ihnen moderne Methoden des 21. Jahrhunderts, weshalb man sich nach 60 Jahren noch etwas davon verspricht. Und damit steht auf jeden Fall fest, dass keine der Theorien die Russen vor Ort voll überzeugt hat. Am Ort des Unglücks gibt es übrigens eine Gedenktafel und gar nicht so wenige Touristen, die sich im Oral eine Portion Grusel abholen wollen. Zum 60. Jahrestag gab es in der nächsten Großstadt eine Gedenkfeier, die völlig überfüllt war. Was denkt ihr? Werden die Experten das Mysterium aufklären? Eigentlich wäre es doch fast schade und würde eine ganze Menge Theoretiker arbeitslos machen, die ihre Webseiten zu dem Unglück betreiben. Schreibt in die Kommentare, was ihr von der neuen Untersuchung haltet. Sollte man dafür keine Kraft verschwenden oder ist es gut, dass die Behörden den Fall nochmal aufnehmen? Wollt ihr von uns noch mehr Informationen zum Diaklev-Pass? Mehr Videos mit mir und meiner Kollegin Anna Smirnova aus St. Petersburg gibt es immer mittwochs bei Russland TV in unserer Reihe Russland Live. Klickt auf den jetzt eingeblendeten Link für die Ausgaben bisher und abonniert uns für Aktuelles aus Russland.